Happy Birthday to you! Alles Gute zum Geburtstag an alle die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble Ich spiel heute mal wieder Free Fire Max und Clash Squad oder? Und ich spiel heute mal wieder Kreativ Mut Viel Spaß! Ok, das erste ist Solo Tower Keine Ahnung was das ist Solo Tower 1 gegen 1 Ach, das ist so wie Wolf Wer ist das? Einsamer Wolf kel Silber Schubert Silber expected klit 10 so lang ja Oh, ein Schuss down. Okay, ich nehme bei so Solo Dingens immer gerne die 1887, die Schrotflinte. Okay, das kaufen, okay, das kaufen, okay, das kaufen, okay. Wee, nice. Komm, jetzt nehmen wir mal. Wie oft muss ich noch hoffentlich schießen? Meine Güte. Alles schon gekauft? Ja. 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 Nice. Okay, das geht ein bisschen zu schnell für mich. Rechtsfeier. Das ist gut. Ich habe verloren. Herzlichen Glückwunsch. Und dann kommt gleich die zweite Runde. Viel Spaß. Okay, ich bin jetzt in Trainings-Ground. Ich bin jetzt in Trainings-Ground. Trainings-Ground ist ja kein Spiel, das ist ja nur Training. Lachen nur im Unternehmens-Ground. Durch die Tür gehen. Rein müssen. Warum kommt man denn dahin, dass man so ein Ding ins reinmüßt? Ich habe keine Zeit, die ganze Zeit. Bumbala. Und das ist halt so. Die ganze Zeit. Gut. Schau uns einmal das. Oh. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich wollte mir noch das Haus anschauen. So, kann man hier hochgehen und sterben. Ich habe mir das Haus immer noch nicht angeschaut. Was ist dahinten? So, weiter hin. Dann noch verschwunden. Das ist ja sowieso gleich. Ich habe gerade gesehen, wie ich schieße da um rum. Okay, das Haus. Nochmal. Ich versuch mir mal rund rein. Ich habe gerade gesehen, wie ich schieße da um rum. Und das hier ist oben. Dann gehe ich mal schnell rum. Ich wollte mich doch nicht abschieben sollen. Dann gehe ich weiter mit dem Shop. Ach nee, jetzt gehe ich hier rum. Hinten von vorne. Von der einen Seite. Also, das ist kein Spiel. Es ist nur ein Rumgeballer, sage ich jetzt mal. Ich will. Du, du weißt. Du, du bist jetzt nicht. Enfils mich. Du, du bist jetzt nicht. Du bist nicht schockiert. Du bist ganz klient. Du bist nicht schon mal. Also hier ist eine kleine Scheune, daneben ist das rote Haus. Oder Bungalow. Ne? Genau. Was haben wir noch? Die Garage, aber ich bin auch schon mal. Dann... Was haben wir noch hier? Die Garage, das Haus, Bungalow... Was haben wir noch? Boah, ich hab ihn gekillt und ich war von einer Lack gekillt. Haben wir noch die Röhre hier an der Seite? So, wieder hier im rote Haus, in der Bungalow sag ich mal. Wir haben beide auch... Tja... Drei Kopfschüsse. Das ist gestorben. Das ist... Das ist schlimm. So, das Spiel... Finde ich jetzt. So... Ne? Also hier... Ist das eine neben des Industriegebäude oder Freizeitpark... Dings... Bums... Dann gehen wir jetzt mal da rein, wenn ich nicht abgeschossen werde. Witzig... also... Dings... G 중... Wenn ich dann erstmal... ...dings... 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 Also das war jetzt... ...dings... ...ein... ...Dings. ...Aber eigentlich... Aber eigentlich jetzt alles gesehen würde ich sagen. Jetzt nochmal suchen die Fragmente. Hier war das, da war das Haus, dahinten das rote Haus, das Industriegebäude, da links ist die große Garage. Hier ist die Garage, ach da ist doch... Ja okay, das ist schon ein Platz, ja. Die Autos da, ne? Das war mir gefährlich aus da oben. Okay, gut. Das war's. Gott sei Dank. Also, dann sag ich mal Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn der Band nicht so wieder dabei scheint. Bis dann mit euch. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 prix bagus.